Oh, warte, ich komm gleich doch. Hey, hey, halli ihr Leute und willkommen zurück zu... New Life! New Life! Hallo, Minecraft-Freunde! Es geht weiter ins Trip-Mining! Nein, ich hab was anderes. Ich hab nämlich auf der Minimap gesehen, da hinten muss irgendwo eine Höhle sein. So direkt unter meinem Haus. Und da will ich hin. Oh, Redstone. Bist du sicher, dass ich hier in dein Haus komme? Okay, doch, ja, ich seh. Ich hab gesehen, wir sind hier direkt bei meinem Haus. Hier ist mein Kellereingang. Finde ich gut. Nee, also ich geh da mal in die Richtung weiter. Ja. Weil wenn ich so auf die Minimap gucke, da muss irgendwie eine Höhle sein, irgendwas. Ach so, okay. Ich baue ja ganz normal meine... Warte mal, nein, das muss da weitergehen. Da muss noch... Also ich geh da jetzt weiter in die Richtung. Juhu, Spitzhacke ist zerbrochen. Ja. Äh, ich kann hier ja mal ranzoomen, dann seht ihr auch, was Methos meint. Oh, nein, nein, das ist das noch nicht. Das ist das noch nicht. Das ist weiter da in der Richtung. Oder warte mal, ist das die Höhle? Ist das die Höhle? Also es schaut auf jeden Fall nach Höhle aus. Ach so, ihr müsst mal... Ja, aber das ist, glaube ich, nicht das, was ich auf der Minimap... Ihr müsst mal im Laufe der nächsten Folgen, wenn ihr da oben seid, müsst ihr mal zu mir kommen, euch angucken, was ich gerade mache, ne, diese Zustrecke. Jo. Ja, da... Die Richtung? Ich hab leider keinen Plan, was du auf der Minimap gesehen hast. Na, diese Richtung. Also es gibt hier ne Höhle, aber... Warte mal, Leute, wir wollen uns mal was zu essen holen. Ich hab Hunger. Also nicht in Reelive, sondern hier im Spiel. Oh, warte mal, das will ich haben? Hier machen wir mal Licht. Aber die Höhle, in der ich jetzt drin bin, meinst du nicht, oder? Äh, ich glaub ja. Wie bist denn da jetzt hingekommen? Ich bin einfach den Gang hier entlang, den es hier gibt. Einfach so, schnipps, YouTube-Partnerkräfte, schnipps und schon ein bisschen... Also kann ich mir das eigentlich sparen? Ähm, ja, so ziemlich. Okay. Weil ich dachte, ich könnte da ne interessante Höhle finden. Was ich ja gerne... Hast du eigentlich auch YouTube-Partnerkräfte, ja, ne? Wie, YouTube-Partnerkräfte, hä? Ja, du schnippst und dann ist es schon fertig. Das hab ich bei meiner Facecam gehabt, musste mal in meinem Video gucken. Geschnippst und schon war die Facecam ausgepackt. Okay. Ja, YouTube-Partnerkräfte, das ist richtig geil. Soll ich das mal ausprobieren? Ja, ja, ja. Äh, nein. Was ich eigentlich mal will, ist irgendwie sowas finden, wie ne, ähm, richtige Mine. Ähm. Wo wir auch so ein bisschen, äh, vielleicht ne Truhe finden oder irgend sowas. Weißt du, wie ich meine? Das wär echt optimal. Da muss ich dir recht geben. Grünschiefer, warte mal. Ist das, ist das böse hier? Ich schaue mal einfach in diese Richtung weiter. Grünschiefer, nein. Ich werd bis jetzt nicht so verlaufen. Nein, nein, ich meine das Wasser hier. Ich probier das jetzt. Ja, einfach mal reinspringen und ausprobieren. Gleich, ah, aber nein, nein, ah, ah. Ach, das ist heilendes Wasser? Das ist, das ist Regenerationswasser? Ja, gibt's auch. Wie geil ist das denn? Okay, das nehmen wir auch mit. Warte mal, da brauch ich das. Da brauchst du, da brauchst du ein spezielles Ding, musst du Duffy fragen. Ja, da brauchst du diese Amethyst-Dinger. Kennst du, äh, du weißt doch in Magic Farm den Himmel, in den wir geflogen sind. Ja? Ja, und die Rüstung, die wir da rausbekommen haben. Okay. Aus den Dingern kannst du auch Eimer machen und mit denen kannst du das Wasser hier aufsammeln. Ansonsten bekommst du nur normales Wasser. Okay. Ähm, Moment mal. Also wir müssen sowieso mal gucken. Duffy, ich fänd's ja mal cool, wenn du mal gucken würdest, was wir hier jetzt alles brauchen, um in den Himmel zu kommen. Und wenn du das vielleicht sammeln würdest, das wär super. Weil ich bin jetzt hier übelst ausgeplant mit dieser Zugstrecke, die ich hier bauen möchte. Okay. Ähm, Duffy, hast du Holz bei dir? Du hast ja recht an von diesem Modpack schon. Äh, bau doch bitte mal eine Uhr und setz ihn mal einfach irgendwo hin. Weil ich will mal so ein bisschen Crab loswerden. Ich will's nicht einfach rumschmeißen. Nein, sowas würdest du ja nie machen. Nee, mach ich auch nicht. Äh, würdest du, darf ich kurz aussprechen? Nein. Doch. Äh, wie gesagt, Duffy, ähm, du kennst dich ja so ein bisschen mit dem Modpack aus, ne? Deswegen wär ja cool, wenn du das vielleicht machen würdest, dass du mal ein bisschen gucken würdest, was wir da brauchen und das vielleicht zusammencraften, damit wir das, demnächst mal in den Himmel können, weil da würde ich auch gerne hin. Das wäre echt geil, wenn wir dann mal den Äther besuchen könnten. Okay. Äh, ist das dann Äther oder Promised Land, also gelobte Land? Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Ich glaub, das müsste das gelobte Land sein. Ich weiß es nicht. Ich glaub, einer meiner Zuschauer hatte mal was geschrieben vom gelobten Land oder so. Hm? Ähm. Was klingt irgendwie so plausibel, ne? Weil der Äther ist dann wieder mit nem Glowstone-Portal und mit nem anderen, ähm, Mod-Tack. Das ist jetzt die Frage, kann ich hier absaugen? Ich glaub, wir brauchen so nen Stab dafür, glaub ich. Ja, du brauchst den, ähm, Ancient Staff, heißt das, glaub ich. Methos, wieso bekommst du gerade Schaden? Ähm, weil ich was teste. Okay, viel Spaß dabei. Ähm. Lass dich nicht von mir aufhalten. Bisschen, 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 bisschen ausprobieren. Oh, Blauschiefer. Weil ich doch heile hier. Alter, wie, Alter. Eins, zwei, drei, vier, 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 sechs. Im Gegensatz zu Grubbo. Alter, das geht ja richtig schnell. Okay. Brauchst du von diesem blauen Stein zufällig, äh, sechs, sechs? Von Blauschiefer? Ja. Blauschiefer immer. Also, Kohle hab ich voll. Okay, klickst du von mir. Die Blauschiefer ist schöner Schaden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. So. Dann machen wir hier mal so ein bisschen Zeug rein. Halt nicht, das Eis nicht. Von Blauschiefer einfach so viel mitbringen, wie ihr könnt, weil Blauschiefer, Blauschiefer, Blauschiefer. Was, Blauschiefer brauchst du? Immer, immer. Damit mach ich die Wände der Zugschritten. Bring ich mit. Das ist geil, das ist geil. Bring ich mit. Äh, die Erde lassen wir hier. So. Achso, ob, äh, äh, diese grünen Dinger brauch ich immer noch, ne? Also, da brauch ich ne ganze Menge von. Grüne Dinger? Achso, ja, okay. Ja, diese grüne Dinger. Da ist Gold. Gold brauchten wir da auch, ne? Gold brauchen wir definitiv. Nimm Gold mit. Gold ist so selten, Metos. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht absaufe, während ich hier abbaue. Naja, theoretisch. Was war das denn für euch? Kannst du das mal ausprobieren mit dem, ähm, Dings? Ja. Also, ich heile nicht schnell genug. Oh, schau. Um da, ähm. Alles sieht er, nur nicht das Redstone hier drüben. Warte mal. Warte mal. Ich muss hier. Du enttäuschst mich. Weil, ich hab hier zu tun, siehst du das denn nicht? Du lässt nach, Metos. Metos, Metos, Metos. So. Einfach hier Redstone einfach rumliegen lassen. Ne, das funktioniert nicht. So, jetzt muss ich erstmal heilen. Lup. Essen. Lup. Ich will hier mal so ne... Was ist denn das? Äh, 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 äh. Wenn ich das noch... Wo bist du eigentlich? Äh, äh, äh. Metos? Merk, Gott, warte ich und dafür mach ich mir jetzt extra... Ach, Mann. Metos, wo bist du? Äh, äh, äh. Ich komm wieder raus. Äh, äh, äh. Wer bist du? Hier bin ich. Dieser Strauß, ey. Äh, äh, äh. Ah, hallo, Metos. Ja. Äh, genau. Dieser Strauß, ey. Äh, äh. Kerla? Äh, äh. Du wirst dich irgendwie besoffen sein. Äh, äh. Okay. Warte mal. Oder gerade von irgendwas ausgebrochen. Da haben wir das Tripmining gemacht. Äh, äh. Wir mal gucken, ob wir noch irgendwie ne Höhle finden. Höhle-System. Wie ist denn das Hintergrüben eigentlich für ne Höhle? Schaut so groß aus. Ich glaube, in der Richtung könnte was sein. Ich weiß, ich könnte jetzt hier außen rum gehen, aber ich will hier einfach mal schauen. Hast du Holz dabei, Duffy? Holz? Ja, falls ich, äh, weil ich brauche gleich noch Spitzhacken. Äh, ich schaue mal einen Moment. Ich will nicht die Eisenspitzhacke nehmen für, äh, normalen Stein. Kommst du. Warte, warte, warte. Kommst du. Warte. Komm hier. Komm. Wo bist du? Komm, ist das? Komm. Komm. Bin ich da. Schaust du in Giste? Ja, finde ich voll gut. Warte mal, den Quatsch, den machen wir da rein. Ich brauche dir noch ein paar Fäckchen. Ähm. Braucht auch Kalle. Brauche ich hier unten nicht. Den Hammer brauche ich hier unten nicht, den kann ich mal rauslegen. Ähm. Was habe ich denn noch für Quatsch dabei? Ähm. Ruh, Latte, Stals, das wollte ich jetzt auch nicht wegmachen. Das ist die Krule, wie ich hier habe. Das können wir auch da reinmachen. Können wir ein paar ver-fuckern. Und meine Rüstung hält noch. Blup. Blup. Und fucken. Gut. Nicht dabei da irgendwas reinschmeißen. Ja, Redstone. Dann haben wir zwei Rüschpitz. Nein. Ach ja. Ich nehme die Workbench mal besser mit. Aber ich weiß ja nie. Okay. Ich wollte in die Richtung weiter, weil ich glaube, da könnte was sein. Da könnte was sein. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt vor, so hergoisch, mit meiner Schaufel und erleichterte die Arbeit, aber es war nur noch ein Gravelblock. Äh, ne, ich bin ja auf diesem Weg hier. Ach, da, wo ich mich reingegraben hatte. Äh, nein, da habe ich mich reingegraben. Da war ich doch da drüben reingegraben, Metos. Nein, das war hier. Ja, das war hier. Das weiß ich ganz genau. Ja, natürlich. Weil ich habe mir nicht die Fackel extra dahin gesetzt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Natürlich. Kein Bock mehr. Nö. Wie, so hast du keinen Bock mehr. Was ist los mit dir? Nö. Was sagst du, Kalle? Ist alles in Ordnung mit dir? Nö. Kein Bock mehr. Nö. Julie hat noch kein Zuhause. Wo soll sie sich nach Hause zu suchen? Das ist die Tochter von mir. Das ist die Tochter von mir. Ich versuche immer, was zu sagen, aber ich komme nicht durch. Hey, was willst du denn sagen? Ich wollte sagen, ich habe das Verlangen, den Strauß Harrybert zu nennen. Geht's ernsthaft? Ja. Harrybert. Weiß nicht. Harrybert. Was hat denn dir der arme Strauß getan? Der hat anscheinend viel. Der hat Verstopfung. Mithos, schau mal her, was ich gefunden habe. Was hast du denn gefunden? Ja, hören Sie es ja an. Äh, äh, äh. Na ja, da hat er Verstopfung. Okay. Und der Wasserhülle. Und da hast du deine Gürerstein. Den brauche ich. Und Eisen haben wir auch. Sehr gut. Ach, ich nehme die Eisenspitzhacke. Ne, nehme ich nicht. Äh, was haben wir denn hier noch? Ich könnte auch meine Dia-Spitzhacke nehmen. Wir sind eigentlich zu tief. Äh, ne, ich hatte nur gedacht, diesen einen Gang, den ich da gesehen hatte. Aber der ist hier wieder weiter oben. Wieso bist du weiter oben? Nice, hier ist Cola. Keine Ahnung. Du kannst mal weggehen. So, machen wir hier auch nochmal eine Fackel hin. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. So, hier solltest du wieder normal weitergehen. Wupp. Redstone. Gerade eben hast du ihn nicht gesehen. Hier muss doch noch irgendwo was sein. Ich sehe es doch auf der Minimap. Oh, hier ist noch mehr... Alter, Falter. Anscheinend glaube ich mich jetzt in irgendeinen Keller von euch rein. Alter, aber nicht in meinen. Warum tust du das? Moment. Wenn du nicht in meinen Keller reinwassst, hole ich Heri, aber du machst, äh, äh, dich weg, macht er dich. Äh, äh, dich weg, ich sag's dir ja. Dann stell ich in dein Haus. Äh, 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 äh. Kalle, wenn es anfängt weh zu tun, sollte man aufhören. Äh, 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 äh. Ja, ich höre. Methos? Jaaa! Komm mal bitte wieder her. Waren wir hier schon? Also hier sind keine Erze abgebaut. Ich weiß nicht, nein, ich will nicht als zurück. Doch, du kommst jetzt her. Nein, mit Sicherheit nicht. Doch, du kommst jetzt her. Mir ist ja seinen eigenen Kopf, er wird nicht kommen. Vergiss es. So sieht's aus. Oder hatten wir den Minenschacht hier schon? Forever alone, forever alone. Äh, Minenschacht, du hast Minenschacht gefunden? Ja. Oh, warte, ich komm gleich doch. Ich wusste es. Warte, danach such ich doch, danach such ich doch. Deswegen sag ich's ja, aber du wartest ja nicht kommen. Äh, das ist, ohne Witz, das ist 100% Minenschacht. Warte mal, ich lass mir jetzt mal die Kohle hier holen. Das ist 100% Minenschacht. Es kann schon sein, aber hier ist noch Kohle, Erz und das grüne Zeug, was Methos will und sonst was drin. Achso, dann ist natürlich schlecht. Ich bin unterwegs, wo? Vielleicht ist es eine Abgabelung, die wir noch nicht gesehen haben. Wo denn? Kann sein. Äh. Hier, 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 hier. Ey, meine Zuschauer hatten da auch irgendwo was gesehen. Es ist schön, dass ich mich jetzt hochbauen kann. Ey, geh mal weg. Danke. Irgendwas ist über mir. Ja, das macht nix. Hauptsache, ich bin jetzt oben. Äh, könnte es sein, dass wir... Ne, warte mal, hier haben wir noch nicht alles. Da ist nochmal Kohle, das nehmen wir natürlich mit. Also, ich glaube schon, dass wir hier schon mal drinnen waren, aber es ist halt noch ziemlich viel, was wir brauchen könnten da. Ja, auf jeden Fall. Also, ich nehme die ganze Kohle auf jeden Fall. Ach, äh, Methos, ich wollte dich nochmal dran erinnern, ne, wegen den Slimes, ne, du hast ja noch die Aufgabe zu erledigen. Ja. Ich hab da, ich, ich hab da bisher noch nix gefunden. Die Zeit renkt auf jeden Fall. Wie denn, wenn du da unten hockst? Ich hab da bisher noch nix gefunden. Hier ist noch Eisen. Ah, cool. Bisschen Zeit, bisschen Zeit ist in Ordnung. Iris hat ja auch genug Zeit gehabt für das Kotten, aber so, ne, in den nächsten paar Wochen, wenn du wieder fit bist, dann solltest du anfangen zu suchen. Äh, jo, jo, jo. Hier ist nochmal Eisen. Nehmen wir mit. Was ist hier noch? Hier ist auf jeden Fall ein Gang. Und hier ist irgendwo beleuchtet. Hier ist Wasser nach unten. Also, wir waren hier auf jeden Fall schon, aber es hängt halt noch Eisen und sowas in den Wänden. Das ist das, was mich ein bisschen stutzig macht. Hm. Nachgespawnt. Waren hier schon? Hier ist so eine komplette Wand aus Kohle und Eisen. Ich mein, wer lässt denn sowas liegen? Alter, falter. Da haben sie mir das hier, was ich eigentlich brauch, direkt zugebaut. Finde ich ja toll. Natürlich. Wie immer. Ja. Hier ist so ein Haufen Zeug davon, was ich eigentlich brauche. Eisen. Was ist das Redstone gewesen? Kohle. Eisen. Nee, Eisen. Eisen. Und nochmal Kohle. Was ist das hier? Salz. Ja, ich lasse das Salz jetzt erstmal sein. Ja. Was ich eigentlich will, ist ja so. Ein Pergedou, oder? Wofür brauchst du das Grüne nochmal? Äh, für Wände. Für Wände? Sammeln's bitte einfach rein. Wieso mach ich mir immer die Musik dahin und mach mich auf Play. Schneidung. Ach so. Aber wegen dem Grün. Du willst ja so schöne grüne Blöcke haben, ja? Ja, das sieht richtig cool aus, finde ich jetzt. Jedes Mal vergesse ich's. Ich bring dir auch Gold mit, Kalle. Jaja, das ist sowieso gut. So. So. Äh, wie viel Kohle ist denn das hier? Noch mehr? Mann, ich hab so viele Stacks Kohle mittlerweile dabei, aber ich vergesse jedes Mal sie daheim abzugeben. Äh. Machen wir es wieder zu. Und gehen wir jetzt einfach mal zum Mythos. Da ist noch Eisen. Ach Mann. Ne, der waren wir schon. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, aber es ist ja trotzdem ewig viel Zeug hier drügeinander. Warte mal. Macht das irgendwie... Puh. Alter, wie viel Eisen hier gerade ist? Warte mal. Mhm. Ich bin, Alter, hier ist richtig viel Eisen. Ich hab jetzt wieder auch schon... Uiuiuiuiuiui. Ich hab jetzt wieder auch schon... Ich hab jetzt auch schon wieder 15, äh, Dinger, Eisen gefunden. Eieiei, leck mich an die Füße. Hier ist aber richtig viel. An die Füße? Ja, ich hab extra... Ich sag extra Füße, ne? Man, man... Ich sag ja nicht das andere Wort. Aber nicht bei den Käsepreisen. Ja, das ist natürlich... Das ist ja deine Entscheidung. Ich hab wieder Clawstone. Glaub ich. Äh, ja, genau. Clawstone-Dust, besser gesagt. Ja, diese Pilze, diese grünen. Ach so. Wenn du die siehst, da kriegst du Clawstone-Dust. Ah, okay, da bist du. Jetzt seh ich dich. Hallo, mein Schole. Hier brauch ich nur eine Fackel stehen. Sind wir jetzt nicht in deinem Kellergang? Ich weiß es nicht. Aber wenn man für jedes gesammelte Kohle einen Euro kriegen würde, ne? Uiuiuiuiuiuiui. Moment, wo läufst du denn überhaupt hin? Ich versuch die ganze Zeit nicht zu finden. Ich bin überall da, wo was ist. Na, Hilfe, ich back hier irgendwie an der Ecke. Das ist sehr unschön. Jetzt geht's. Okay, hier ist irgendwo ein Hottehü. Hör's. Juhu. Hör's. Deutlich. Hottehü, Hottehü. Ein böses Hottehü? Ich weiß es nicht. Ich muss hier in den Zwischengang. Geh mal hin und frag mal, ob's freundlich ist. Ich bin ganz oben, ich kann da nicht fragen. Hier ist noch mal Reisen. Äh, jo, dann sammeln's mal ein. Ja, mach ich. Hier ist noch mal so. Sollte ich noch mal Glossom geben? Äh, und da ist ein kleiner Spawner. Ne, mach nicht. Was spawnst du denn, mein Kleiner? Ach, Dinger. Ich sehe das Hottehü. Soll ich's killen für dich? Äh, ich wollte, dass ich heute da Punkt tun. Dann komm her zu mir. Ach man, ich kill jetzt diesen blöden. Ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, Metos. Aber da solltest du immer nachgucken. Äh, okay. Äh, ja, wir nehmen schon länger als 15 Minuten auf. Wollte mir grad sagen, wir wollten ja nur 15 Minuten aufnehmen. Du musst ja auch einmal ersetzen. Okay. Willst du jetzt Hottehü killen? Ich hab da noch einen Schacht gefunden. Achilles. Ich hab da noch was gefunden. Okay, aber hier geht's ihm bis weiter. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao. Ciao. Hottehü.